Holy Moly, EA hat es bestätigt, die Icon-SBCs sind back plus weitere richtig, richtig geile Informationen zu Ultimate Team. Let's go! Das Video wird von OneFootball unterstützt, Link in der Videobeschreibung, check es ab, let's go! An diesmal war das die Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, meine ich, wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, ich hoffe euch geht's gut, ich hoffe ihr habt den Tag gut überstanden, das Wochenende steht an. Doch davor müsst ihr das Video noch angucken, warum es geht ganz schön scharf. EA hat ein paar Pitch-Notes zu Ultimate Team rausgehauen und darunter sind auch die Frage, gibt es Icon-SBCs dieses Jahr wieder im FIFA 21 und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, ja, sie wird es geben. Wir gehen alles durch, wenn euch das ganze Video gefällt, lasst auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben, da wenn ihr genauso gehypt seid wie ich, weil jetzt gerade steigt der Hype noch mehr an. Ja, Web-App kommt am 30. innerhalb von 5 Tagen, ich hoffe es geht bald richtig los, ich bin heiß, wir starten rein ins Video, Pitch-Notes sind raus, ihr seht es im Hintergrund, ich kann euch sehr gerne den Link auch nochmal unten in die Videobeschreibung packen, falls ihr das alles selber nochmal durchlesen wollt. Und hier steht es auch nochmal, hallo FIFA Ultimate Team Fans, wir hoffen, dass diese Pitch-Notes sie gesund und gesund finden. Ich habe das ganze übersetzt, ja, mit Google Übersetzer, wir gehen das ganze einfach trotzdem nochmal durch, aber wir gucken mal ran, gucken uns mal an, früherer Zugang, beziehungsweise was als Ultimate Team so vorhanden sein wird, und zwar früherer Zugang, dadurch die Access EA Play, ihr wisst ja, geht am 1. Oktober los, genauso wie am 6. Oktober der 3 Tage Vorsprung vor den anderen, dem Pre-Release sozusagen, und weltweiter Start ist am 9. Oktober, wenn ihr EA Access habt, habt ihr Pre-Launch-Ziele und habt die Chance, ein bestimmtes Early Access Award-Paket zu erhalten, das bedeutet, ihr habt einen Android-Spieler von 80 bis 84, Overworld-Spieler-Auswahl, ein 10-Spiele-Leihspiel des Teams der Woche. Team der Woche Nummer 1 kommt natürlich raus am Mittwoch, wir haben den Start von Season Objectives 1, also Saisons wird es natürlich wieder geben, und dazu, ihr habt ihr automatisch, weil ihr EA Access habt, mehr Zeit, um die Season 1 abzuschließen, und EA Play-Mitglieder, heißt sozusagen, die, die EA Access haben, kriegen sozusagen nochmal einen Season XP-Boost, heißt, dass wir schneller auf Level 30 kommen. Daneben gibt es außerdem die ersten Live-Food-Freundschaftsspiele und die ersten Live-Food-freundlichen Herausforderungen zum Thema 3 Nationen, und ihr habt die erste Gelegenheit, Events mit einem Vorsprung im Community-Event Humans vs. Machine zu erleben. Ja, also es gibt sozusagen Menschen gegen Maschinenziele, ja, so ungefähr, und da bekommen wir einfach ein Untrade-Prime-Electrum-Spieler-Paket. Geht auf jeden Fall klar. OTW ist mit am Start, dieses Jahr nochmal ein bisschen anders, wir werden auf jeden Fall eine Spielerwahl haben, wo wir wieder entscheiden können, welcher Spieler kriegt denn noch einen One-Store-Watch, die kommen dann auch als SPC. Dazu, ja, stellt sicher, dass am 5. und 6. Oktober, dass ihr euch dann anmeldet, ja, über die Companion-App, um für den Spieler zu stimmen, der ihrer Meinung nach einen One-Store-Watch-Gegenstand verdient, und der Gewinner der Abstimmung erhält einen One-Store-Watch-Spieler als SPC, das denke ich mal klar. Wir haben drei neue One-Store-Watchs mit am Start, Oedegard, Iago und Hakimi, das sind drei neue One-Store-Watch-Karten, C.H., Bale und Werner sind ja bis jetzt bestätigt, damit haben wir 6. Packs, aber es kommen noch mehr, denn wir werden, ihr seht es nämlich schon, zwei verschiedene OTW-Teams bekommen. Das erste OTW-Team geht vom 9. Oktober bis 16. Oktober, vom 16. bis 21. gibt es OTW-Team Nummer 2, und ab dem 21. Oktober gibt es dann nochmal alle beiden OTW-Teams in den Packs zu ziehen. Stand jetzt, für eure, ja, OTW-Packs, die ihr als Vorbesteller bekommen habt, die könnt ihr natürlich ziehen, und da geht es drauf an, oder ihr habt da den OTW-Pack, wo ihr das Ganze zieht. Heißt, zieht ihr vom 9. bis 16. Oktober, kriegt ihr nur einen OTW-Spieler aus dem Team 1, 16. oder 21. aus dem Team 2, oder ab dem 21. Oktober kriegt ihr sogar, könnt ihr irgendeinen bekommen aus beiden Teams. Ja, ich würde aber trotzdem empfehlen, 1 oder 2 zu nehmen, weil einfach die höhere Möglichkeit besteht, da bessere Spieler zu haben. Live-Food-Freundschaftsspiele, ja, Live-Food-Friendly kombinieren wir Squad-Wools mit den verschiedenen Hausregeln in Friendly, um unterhaltsame und vielfältige neue Spielweisen zu schaffen, die für eine begrenzte Zeit aktiv sind. Bieten das Ganze ja über eine Möglichkeit, mit Kampagnen und Spielerprogrammen zu interagieren. Wenn sie bestimmte Ziele in Live-Food-Freundschaftsspielen erreichen, erhalten sie einzigartige Belohnungen. Denke ich mal, sollte auch klar sein. Gehen wir weiter zu dem Programm. Und zwar geht es hier erstmal größtenteils darüber, dass wirklich die Team of the Weeks bestimmte Upgrades bekommen, wenn sie zum Beispiel Longshot-Tore machen, überragende Vorlagen gemacht haben, dass da der Passwert zum Beispiel erhöht wird, der Volley oder sowas erhöht wird. Also alles Mögliche eben sehr, sehr speziell. Das ist, denke ich mal, klar. Das sind die sinnvollen Momente, Team of the Week-Karten, die es auf jeden Fall gibt. Des Weiteren gibt es aber auch Flashback-Epochen. Ja, also es gibt verschiedene andere Flashback-Epochen. Wir kennen ja schon die Flashback-Spieler. Hier geht es darum, und zwar, dass es so ist, dass verschiedene Flashback-Spieler kommen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir haben einen Mesut Özil, der kriegt einen Flashback-Spieler. Der war ja meistens dann immer komplett gepusht. Jetzt ist es so, dass man einfach sagt, dass die einzigartigen Versionen der Spieler nochmal anders werden. Denn erfahrungsgemäß aus der Epoche, wo dann diese Flashbacks eben kommen, war dann zum Beispiel Mesut Özil, wo er bei Real Madrid war, viel, viel schneller. Aber hatte zum Beispiel nicht so ein gutes Passspiel. Das bedeutet, das Passspiel geht nach unten, aber der Tempowert geht nach oben. Das macht sozusagen diese Flashback-Epochen aus. Dazu haben wir natürlich auch wieder Ligen-SBCs. Und das ist auch sehr interessant, denn die kommen mit einigen Änderungen zurück. In diesem Jahr können sie Ligaspieler mit einem statischen permanenten Upgrade verdienen. Ja, heißt sozusagen, ihr habt einfach mal wieder die... Ne, Ligaspieler sind, glaube ich, nochmal was anderes. Ich glaube, Ligen-SBCs und Ligaspieler, ich weiß nicht, ob das die sind von den Season-Objectives oder ob das Ligen-SBC-Spieler sind. Ich glaube aber eher die von den Season-Objective-Sachen, was da für Milestones halt gab. Statisch-permanentes Upgrade. Darüber hinaus haben sie jetzt die Möglichkeit, Fortschritte beim Sammeln von Ligaspielern Gegenständen zu erzielen, indem sie an bestimmten Live-Food-Freundschaftsspielen teilnehmen. Die Einschränkungen für Live-Food-freundliche Kader ermöglicht ein gleichmäßigeres Spielfeld. Und ich denke mal, Spielerlebnis, wenn sie mit dem Aufbau von Teams experimentieren, um die objektiven Anforderungen zu erfüllen. Ja, lassen wir uns überraschen, was das bedeuten soll. Und es gibt noch mehr Spielerprogramme. Das sollen wir uns einfach überraschen lassen. Jetzt gehen wir zu den Icons. Auf geht's. Wir haben uns das Feedback angehört und die in den letzten Jahren gesammelten Erkenntnisse genutzt, um die Implementierung von Icons in Food21 zu überarbeiten und das umfassendste, zugänglichste und aufregendste Icon-Programm aller Zeiten zu erstellen. Zunächst wird es zur Bestätigung vier Versionen jeder Icon in Food21 geben. Ist, denke ich mal, klar. Basis-Icon, mittlere Icon, Prime-Icon und Moment-Icon. Ähm, diese Version wird wieder im Dezember kommen, die Primes. Und ja, im Februar kommen dann wieder die Moments. Zweitens freuen wir uns zu bestätigen, dass die Icon-SPCs zurück sind. Sie haben wieder die Möglichkeit, bestimmte Icons zu verdienen, indem sie ausgewählte SPCs ausfüllen oder machen oder abschließen. Wir wissen, dass dies etwas ist, was Spieler zurückhaben wollten. Und so werden sie in Food21 funktionieren oder werden einfach eingeführt, was sehr, sehr wichtig ist. Die ersten Icon-SPCs werden ab Ende November eingeführt. Wichtig heißt sozusagen, gerade zum Marktcrash bei Black Friday, könnte man vielleicht da schon gut einkaufen. Ja, Masseninvestment und so weiter. Icon-SPCs werden auch langfristig verfügbar sein, jedoch nicht dauerhaft. Heißt, vielleicht 30 Tage, vielleicht 60 Tage oder 90 Tage, aber sie werden nicht komplett da sein. Bestimmte Versionen von Icons können erst dann für SPC freigegeben werden, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum in den Paketen veröffentlicht wurden. Das bedeutet sozusagen für euch, man kann sozusagen keine Prime-Moment-Icon-SPC abschließen, wenn sie noch gar nicht in den Packs ist. Nach Ablauf einer Icon-SPC kann dieser zu einem späteren Zeitpunkt erneut veröffentlicht werden. Also die kann immer wieder mal kommen. Und die Herausforderungsanforderungen und Belohnungen können ebenfalls aktualisiert werden. Da sind wir sehr, sehr gespannt. Icons können als Anforderungen in SPCs verwendet werden. Also auch Icons können nicht mehr zu billig werden wie am Anfang. Die könnten sozusagen wieder hochgehen. Also Abstoß-Icons gehen wieder vielleicht ein Stück weit höher. Schließlich werden die äußerst beliebten Icons-Swaps auch in Food21 zurückkehren. Also das gibt es definitiv auch noch. Zur Erinnerung, so funktionieren die Icons-Swaps. Schließen die Ziele des Spielertokens ab, verdiene Spielertoken und dann einlösen der Icon. Das denke ich mal klar. Icons-Swaps 1 beginnt im Dezember. Also erst im Dezember kriegen wir die ersten Icons-Swaps. Es wird eine größere Mischung zwischen Icon und Pack-Belohnungen geben mit einer erhöhten Anzahl von Pack-Belohnungen. Okay, lassen wir uns überraschen. Packs-Belohnungen werden bei niedrigeren Spielertoken werden zur Verfügung gestellt, damit mehr Spieler mit dem Programm interagieren können. Heißt sozusagen auch, ihr habt wahrscheinlich dann von 1 bis 10 gibt es Tokens von 25 meinetwegen. Da habt ihr halt einfach dort die Möglichkeit von 1 bis 10 Packs zu bekommen. Ab 11 gibt es dann sozusagen Icons, die ihr abgeschlossen habt oder abgeschlossen werden können. Und es gibt keine bestimmte Version einer Icon. Zum Beispiel Base, die über eine SPC veröffentlicht wurde, wird erneut über Icons-Swaps veröffentlicht und umgekehrt. Das bedeutet, ihr habt in Icons-Swaps den Torres Baby. Der kriegt sozusagen niemals eine Icon-SPC. Da kann es glaube ich nur noch die mittlere oder die Prime zum Beispiel sein. Also es ist relativ entspannt. Belohnung für wettbewerbsfähige Gamer-Zuschauer, was ich auch sehr, sehr cool finde, bedeutet, wenn ihr euren Twitch-Account und eure EA-Konten verknüpft, und dort gibt es ja unfassbar viele Turniere, und ihr die ganze Zeit die Turniere anschaut, bekommt ihr in einer bestimmten Zeit FGS-Player-Tokens. Und das heißt, wenn ihr dann genug neue Tokens gesammelt habt, könnt ihr diese FGS-Player-Tokens über das ganze Jahr her gegen Pack-Premien einlösen. Heißt, je länger ihr guckt, desto mehr dieser Spieler-Tokens bekommt ihr, und dann könnt ihr halt Pack-Premien einfach holen, was, denke ich mal, ganz cool ist. Und Pre-Season-Belohnung geht natürlich auch klar. Also wenn ihr jetzt in FIFA 20 schon was abgeschlossen habt, was ihr dann für FIFA 21 bekommt, müsst ihr bis 23. November eben eingelöst haben. Des Weiteren haben wir noch, ja, nur, dass wir uns, ja, ein bisschen gedulden sollten, weil das nur der Anfang ist, was wir für FUT21 geplant haben. Und wir freuen uns, dass sie all das und noch viel mehr in dem voraussichtlich größten Jahr mit Live-Inhalten in der Geschichte der FIFA-Zeit erleben können. Ich bin sehr, sehr gespannt, Jungs. Das klingt alles unfassbar gut, gerade für die ICON-SBCs. Ich bin sehr gespannt mit zwei OTW-Teams. Da kann man einiges machen. Ich denke, da kann man einiges machen. Das ist erstmal alles, was neu ist. Und ich packe euch den Link mal in die Videobeschreibung. Schreibt mir gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch. Lasst krachen. Ich hoffe, euer Hype geht nochmal ein Stück weit nach oben zu FIFA 21. Ich bin raus. Kuss geht raus. Wir sehen uns. Und, ja, wir sehen uns später. Hoffentlich wieder. Ich bin jetzt beim nächsten Video. Ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Und ciao, ciao.